Musik Liebe Mitbürger, mein Name ist Peter Stulfaut. Ich bin 59 Jahre alt, gebürtig und wohnhaft in Hassloch, habe einen erwachsenen Sohn und bin seit 32 Jahren als Polizeiaubkommissar bei der Polizeiinspektion Hassloch beschäftigt. Im Mai 2019 wurde ich in den Gemeinderat Hassloch und den Kreistag Bad Dürkheim gewählt. Ich trete bei der Landtagswahl am 14. März als Direktkandidat für Hassloch, Neustadt und das Lambrechter Tal im Wahlkreis 43 an. Zudem stehe ich für die AfD auf dem aussichtsreichen Listenplatz 8 bei der Landtagswahl. Mein Hauptthema war bereits bei den Kommunalwahlen die Transparenz in der Politik. Nach zwei Jahren in den Gemeinden und Kreisgremien musste ich feststellen, dass es in den Gremien und Ausschüssen an dieser Transparenz erheblich mangelt. Die Vertreter der Altparteien würden ihre Entscheidungen am liebsten in einem Hinterzimmer treffen, ohne den Bürger zuvor zu hören und bei Entscheidungen mitzunehmen. Das will ich ändern. Ich will künftig Ihr Ansprechpartner für die Landespolitik sein. Nicht nur in meinem Wahlkreis rund um das Hambacher Schloss, sondern für ganz Rheinland-Pfalz. Es würde mich deshalb freuen, wenn Sie mir am 14. März Ihre Stimme geben. Weitere Informationen über mich finden Sie auch auf meiner Homepage. Danke für Ihr Interesse und Ihr Vertrauen.